und herzlich willkommen zur nächsten runde overwatch mit master goblin master goblin möchte anscheinend wieder mit ruhe gedifft werden meine gar kein problem ich habe mich ergeben man natürlich auch kaffee in deutsch ich habe ich habe gesprochen muss ich gerade sagen mal jetzt passiert der div ich habe es prediktet da ist ventura ich habe aber irgendwo auch gerade die die gute gehört tank okay ich sage spielen wir ernst oder spielen wir let's try it out nehmen live wenn ich du bist gehen soll okay 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 wir haben live rüber ne ja komm aussieht mit gepult dann gehe ich du bist aha sehr schön hello incoming incoming diggermann lacher meyerblot luis carlos luis carlos luis carlos gebraucht ich habe die plattform ich dachte ich kriege die plattform hier haben echo ich mach dir mal nochmal echo in der hoffnung dass echo wir sehen wird dann lassen wir mal ein bisschen das war nicht mein ziel dein okay das ist sehr sehr viel schaden was sie gerade kassierer sehr sehr viel schaden dass sie gerade kassiert so viel dass ich nichts machen kann zurück machen vor ein bisschen heilung wir halten aber die ecke angetäuscht wo hier hat sich mal vor mann warum höre ich aber auch kann ich wahr sein das zweite mal was den typen ich hatte das war eigentlich kind aber aber auch hier ist es ins now you don't der weg gepusht ich versuche sie gerade zu beschützen die das zurück zur payload ja jetzt bladen perfekt warum geht der auf den tank was war ich sehend was sind das für dps wie hat werden die gerade gedifft ja die echo ist ja krank gut ich dachte ich warte da tracer gucken wie ich die ult eigentlich hier rein setzen möchte da eigentlich noch gut am überlegen gerade eigentlich die echo ulten aber ich glaube das wird nichts ich glaube ich krieg die echo nicht vor allem wenn ich hier pieken ich will mich hier verstecken als ob wir counter wirklich wenn der counter gehe jetzt auch ganz ehrlich daher wie auch man was machen denn du auf den dps ach komm das weißt du dass du dich würdest und er geht direkt ins spawn jetzt geht er auch mal gar wetten ich gehe mal hier raus was hier geht es immer was hier geht es immer was hier geht es ich habe jetzt nicht erwartet wenn ich ehrlich boah die echo ist aber wirklich geisteskrank gut also gut ab an echo die gift gerade schießt auch schild jetzt können wir hier rein so wie es jeder morger macht lenkt das team einfach ab ich hoffe mein team macht jetzt in der zeit irgendwas so wie bläden okay bläden danke jetzt geht zum nächsten ja sehr schön und jetzt die mercy am besten auch noch perfekt das ist so hank easy beschrieben du machst das opferst dich dein team räumt auf für dich das ist deine rolle das ist wirklich echt sehr gut blieben gerade wir gehen mal vielleicht der daher hätten wir sterben die heilung ist echt überlebt das nein überlebt nicht ja ich wollte ich wollte es nicht gehen können 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 aber ich auch nicht meinen anderen spielen sobald die echo nicht machen oder auch sich mal aber da w überrennen mich da einfach die ult hätten bekommen müssen und ich gucke nach aber höchstens ich könnte das ist jetzt so scheiße ich habe mich verkauft okay die ult war gut aber ich kann halt echo höchstens versuchen zogen und so auf dem spiel zu nehmen falls ich treffe mal gucken boah das gewonnen haben aber irgendwie haben wir es geschafft zu preis den tracer nicht bekommen wenn ich ehrlich bin ok was ist passiert ok warum das passiert ist auf jeden fall danke fürs zugucken ich hoffe ihr hat spaß und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss